Darf ich um Gehör bitten? Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass die Wetterbedingungen draußen nicht gerade günstig sind. Es ist extrem windig. Aber da es auf dem Dach keine Geländer gibt... Willst du damit sagen, dass uns keiner rausholt? Das habe ich doch gar nicht gesagt, Mann. Aufgrund der Windverhältnisse ist es für die Hinschrauber schwierig, in Position zu bleiben. Aber alle sind trotzdem optimistisch. Wir sollten unbedingt deine Panik auf dem Dach vermeiden. Ich bitte Sie jetzt also darum, hier zu bleiben und absolute Ruhe zu bewahren. Im Moment sind wir jedenfalls sicher, ich stehe im direkten Funkkontakt mit der Feuerwehr und Sie halten uns auf dem Laufenden. Über etwaige Veränderungen werden wir sofort informiert. In der Zwischenzeit sollten wir Ruhe bewahren, das ist wichtig. Also Leute, ihr braucht euch nur daran zu halten, okay? Ja, ist gut. Wie geht's Ihnen? Er ist in keiner sehr guten Verfassung. Er muss sofort ins Krankenhaus, würde ich sagen. Laufst du ihn schwer verletzt? Wer soll ich das wissen? Ich bin kein Arzt. Er muss aber in ärztliche Behandlung. Du willst doch nicht etwa damit sagen, dass der Hubschrauber ihn als Erster mitnehmen soll? Der Mann, der meinen Vater und meine Schwester töten wollte. Soll das heißen, dass dieser Mann als Erster gerettet werden soll? Da also die Verbindung hergestellt ist, nehme ich an, dass die entsprechenden Schritte unternommen werden. Wir haben bis jetzt nur Rick gesehen. Wir müssen auf ihn warten, dass er uns zu ihr führt. Das sollte aber ziemlich schnell passieren, Parker, denn die Zeit wird langsam knapp. Du musst mir nicht sagen, wie ich meinen Job zu machen habe. Kümmere du dich um deinen. Ich sag dir Bescheid, wenn noch irgendwas passiert. Sag mal, bleibst du noch länger dort? Nur wenn es sich nicht umgehen lässt. Hört sich ja nach einem spannenden Abend an, was? So kannst du es auch sagen. Wir sehen uns nachher noch. Danke für die Information. Tut mir wirklich leid, Augusta. Ach, Jack, ist schon gut. In all den Jahren habe ich gelernt, dass zuerst das Geschäft kommt, jedenfalls bei den meisten Männern. Es tut mir leid, aber gerade heute Nachmittag ist es wirklich sehr eng. Ich muss jetzt zurück ins Büro. Oh, Jack, nein. Ich habe gehofft, dass wir ein paar nette Stunden verbringen. Glaub mir, ich habe mich auch sehr darauf gefreut, Augusta. Ich werde dich nachher noch anrufen. Und dann werde ich alles daran setzen, dass wir uns später vielleicht noch treffen können. Das klingt wundervoll. Weißt du, Augusta, ich schätze dich wirklich sehr und das schon lange. Offen gestanden bin ich ganz froh, dass du mit deinem Mann nicht mehr zusammen bist, weil es vereinfacht doch die Verhältnisse sehr. Sehr nett von dir, das zu sagen. Ich fürchtete schon, dass mein Zustand dich möglicherweise entmutigen könnte. Wie kannst du denn so etwas sagen? Als ob die Blindheit dich in irgendeiner Weise verändert hätte. Du bist noch immer für mich dieselbe faszinierende und begehrenswerte Frau, die ich schon immer verehrt habe. Ja, so ist das. Oh, Jack, das macht mich so froh. Reich mir deine Hand. Weißt du, Augusta, ich habe es dir in dieser Form noch nie gesagt, aber ich verspüre ein großes Verlangen, von dem ich glaube, dass nur du es stillen kannst. Ich glaube, Jack, wir sollten das Körperliche noch aus dem Spiel lassen. Was denkst du? Augusta, Darling, ich sprach von Liebe. Ich werde dich ewig lieben. Wie auch immer. Und wenn dich der Rest der Welt wie eine Blinde behandelt, ich werde das nie tun. Danke, dafür könnte ich dich küssen. Ich muss mich beeilen. Ich wäre gern noch geblieben. Am liebsten würde ich dich hinaus begleiten, Jack. Ich wünschte, ich könnte dich sehen. Oh, das wirst du bald, da bin ich ganz sicher. Also, pass schön auf dich auf, in Ordnung. Ich werde dich nachher ganz bestimmt anrufen. Du hast mir wieder Auftrieb gegeben. Ich glaube, es wird eine fantastische Nacht. Jack? Nicht so schnell, Romeo. Ich will mit dir reden. Lass die Finger von meiner Schwester. Sie ist im Moment in einer sehr schwierigen Lage und ich möchte nicht, dass du das ausnutzt. Weißt du was, Julia? Du bist sogar noch viel faszinierender und begehrenswerter geworden als früher. Es ist unglaublich. Wieso fangen wir nicht da wieder an, wo wir aufgehört haben? Du bist unmöglich, weißt du das? Du bist sogar noch mieser als ich dachte. Lass sie in Ruhe, Jack. Ah, du bist also immer noch eifersüchtig, hm? Ein für allemal. Lass sie in Ruhe. Julia, alles was ich mir wünsche ist, dass du mich einmal besuchst. Und ich werde das mit Augusta vergessen. Du bist diejenige, die ich will und das weißt du auch. Denk darüber nach und ruf mich an. Ich werde warten. Da kannst du lange warten. Wer ist da? Ich bin's. Barnaby. Oh, was für eine Überraschung. Barnaby, oh Barnaby. Oh, Mom. Dass du endlich mal hergekommen bist. Wie schön, dich zu sehen. Gut siehst du aus. Ich habe mir solche Sorgen gemacht seit deinem letzten Telefonanruf. Aber nicht doch. Du komm schon, komm. Was machst du dir Sorgen? Bring sie in dir an. Herr muss sofort ins Krankenhaus. Kuss. Kuss. Sie hat recht. Nicht mich zuerst. Sie hat recht. Wir müssen doch irgendein Weg nehmen, um dir auszubauen. Es muss doch einen Weg nehmen. Also mir geht's schon wieder ganz gut. Ich komme so langsam wieder auf die Beine. Oh, ich bleib lieber bei dir. Ich werde mir Mühe geben, auf dich aufzupassen. Ich habe schreckliche Angst. Ich sollte jetzt versuchen, mich hier irgendwie nützlich zu machen. Kelly, wir müssen uns alle zusammen nehmen, um das hier durchzustehen. Verstehst du? Ja gut. Also gut, Männer. Kann's jetzt weitergehen? Wir können immer nur einen mitnehmen, aber wir werden unser Bestes versuchen. Wir versuchen, die Rettungsleine in circa drei Minuten hinunterzulassen. Aber wir haben trotzdem noch den Wagen angefordert, dass wir über die Leiter noch rauskommen, falls wir gegen den Wind nicht ankommen. Ja, verstanden. Ich bringe euch die erste Person in zwei Minuten hoch. Hören Sie mir bitte noch einen Moment zu. Ich bringe euch die erste Person in zwei Minuten hoch. Ich bin wieder da. Du hast Jack verpasst. Nein, ich habe ihn draußen auf dem Weg getroffen. Ist er nicht charmant? Ich finde, er hat etwas von einer Schlange. Dass du noch dieses Vorurteil gegen ihn hast, kann ich einfach nicht begreifen. Ich halte ihn für den charmantesten Mann, den ich kenne, abgesehen von Lionel, der diese Eigenschaften längst nicht mehr hat. Was Männer angeht, waren wir zwei noch nie einer Meinung. Na ja, weil ich eben immer beliebter war als du und du es mir übel genommen hast, Julia, wenn du doch nur ein wenig abnehmen würdest. Das wahre Geheimnis der Verführung liegt in der Figur. Könntest du jetzt damit aufhören, Augusta? Um Anwalt zu sein, muss man nicht beliebt sein. Na ja, gut für dich. Äh, hast du mit Lionel geliebt? Nein, glücklicherweise nicht. Er war da, aber er war mit einem Kunden beschäftigt und ich wollte ihn nicht unterbrechen mit dem Gerede über deine Herrenbesuche. Ist doch kein Grund, so gerecht zu sein. Oh doch, einige. Weißt du, du kannst es ihm auch das nächste Mal sagen, wenn du ihn siehst. Ich weiß langsam wirklich nicht mehr, wie ich es dir beibringen soll. Ich will einfach nicht mehr, dass du mich als Laufburschen missbrauchst. Wenn du eine Botschaft zu überbringen hast, dann möchte ich, dass du es ab jetzt selbst tust. Alles klar? Ja, aber ich wollte eigentlich mit dir über diesen Jack Lee reden. Ich finde, du solltest ihn nicht mehr wiedersehen. Im Moment sehe ich doch sowieso niemanden, Julia. Ich scherze nicht. Julia. Jack und ich, wir kennen uns seit Jahren und es war so, dass wir uns von Anfang an sehr nahe standen. Es könnte sogar sein, dass er meine große Liebe ist. Und weißt du was? Er kommt heute Nacht zu mir. Nach einer 25-jährigen Pleite mit Lionel? Julia, ich brauche von dir wirklich keine Ratschläge, was den Umgang mit Männern angeht. Dazu bist du zu unqualifiziert. Jeder, der klar sehen kann, sollte denjenigen warnen, der geblendet ist, wenn du den Ausdruck entschuldigen würdest, von falschem Charme. An dir liegt ihm überhaupt nichts. Ich sagte, er spielt nur mit dir. Er wird dir alles sagen, was du von ihm hören willst. Du brauchst mich nicht zu beschützen, Julia. Und es wäre schön, wenn du dich aus meinen Flirts heraushältst. Mom! Tante Julia! Habt ihr das im Kurs hingesehen? Nein, im Capwell Hotel ist Feuer ausgebrochen und im Restaurant sind Menschen eingeschlossen. Wie bitte? Die Ursache des Feuers ist bis jetzt noch nicht geklärt. Aber es wird angenommen, dass sich etwa 30 Menschen eingeschlossen in der Dachetage des Hotels befinden. Eine nicht genau bekannte Anzahl von Gästen nahm ebenso an der Hochzeitsfeier von Eden Capwell im Dachrestaurant des Orient Express teil. Zu der Zeit, als das Feuer ausbrach. Die Feuerwehr nimmt deshalb an, dass die ganze Hochzeitsgesellschaft möglicherweise eingeschlossen ist. Hubschrauber wurden eingesetzt, um eine Rettung vom Dach aus zu ermöglichen. Mein Gott! Oh nein! Moment, der da oben ist. Sehr interessant. Ihr wolltet also alle Marcello gleich hier sterben sehen, oder etwa nicht? Mason, hör auf damit! Wenn ihr doch nur aufhören würdet, mir zu sagen, dass ich aufhören soll. Ich bin doch nur dabei zu überlegen. Also wenn Marcello nicht als Erster gerettet werden soll, vielleicht dann doch als Letzter. Aber dann frage ich mich, wie soll er sich alleine anschnallen? Würdest du bitte deinen Mund halten? Es reicht jetzt! Na, du hast doch mit dem Thema angefangen, Eden. Hör doch auf! Also wenn Marcello es nicht schafft, sich selbst anzuschnallen, bedeutet das, jemand muss zurückbleiben, um ihm dabei zu helfen. Aber wer würde das schon freiwillig machen, hm? Ist vielleicht noch eine verabscheuungswürdige Person unter uns? Vielleicht ein, äh, potenzieller Mörder, der möglicherweise diese Tätigkeit übernimmt? Und der vor allen Dingen würdig wäre, so etwas Verachtenswertes zu tun? Ich denke, wir sollten uns das alle mal richtig durch die Köpfe gehen lassen. Mason, wir sind nicht hier, um uns deine Nachtclub-Vorstellung anzuhören. Wieso gehst du nicht woanders hin und bedrinkst dich dort? Weißt du, es ist wirklich zu schade, dass Channing nicht hier ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er dafür gut geeignet wäre. Leider ist er bereits tot, also geht es nicht. Mason, lass das doch jetzt sein, bitte! Aber wieso denn, Sophia? Heute ist der Tag des jüngsten Gerichts, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Wir sollten den Mann anklagen, der dafür verantwortlich ist, was aus Channing wurde. Der Marcello dazu gezwungen hat, ein Mörder zu werden. Der Mann, der ein Kind seiner verängstigten Mutter wegnahm, es einer anderen Frau gab und dann dies alles leugnete. Meine Damen und Herren, mein Kandidat, der Käpt'n dieses sinkenden Schiffes, der es am meisten verdient hat, mit ihm unterzugehen, ist C.C. Capwell, unser aller Gott. Mason! Bruce, der Hubschrauber wird in zwei Minuten eintreffen. Ich würde vorschlagen, dass du als Letzter das Dach verlässt und deiner Verantwortung genüge tust und sagst, wer zuerst geht. Augenblick mal. Ich finde, Gina sollte zuerst gehen. Ich meine, sie hat einen Sohn und sie ist schwanger. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Ted. Das wären zwei auf einen Streich. Du hast recht, Ted. Gina sollte zuerst gehen. Danke, Sophia. Das ist sehr großzügig von euch, aber ich denke, es gibt noch jemanden, der es eher verdient hat. Einen Augenblick. Ich war noch gar nicht fertig. Schluss jetzt. Du hast überhaupt nichts zu sagen. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt. Mason, es reicht jetzt wirklich. Nein, es gibt noch einiges zu sagen. Nein, ich bin mit meiner Festrede noch nicht zu Ende. Ich wollte gerade sagen, dass auch ich dafür votiere, dass Gina zuerst geht und dass ich vorbehaltlos diesen Antrag unterstütze. Ich danke euch allen und auch dir, Mace. Einen Augenblick, alles mal herhören. Wir haben leider ein kleines Problem. Was für ein Problem? Wir kommen leider nicht vom Dach weg. Der Wind, der Wind ist zu stark. Sie kommen mit dem Hubschrauber nicht sicher in die Karotte, um uns abzuholen und kommen nicht nahe genug ans Gebäude ran. Offenbar ist es einfach zu gefährlich. Bleiben wir hier oder was? Nein, nein, daran sollten wir gar nicht denken. Wir brauchen bloß einen anderen Weg aus dem Gebäude zu finden und das werden wir auch. Kein Grund, um aufzugeben, klar? Kommen Sie, es wird schon alles gut gehen. Haben Sie keine Angst. Laken, du solltest nicht hingehen. Du stehst dort nur im Wege. Lass sie doch gehen. Mama, ich kann nicht anders. Ted ist doch da. Das ist doch viel zu gefährlich für dich. Aber nicht doch. Mach dir keine Sorgen. Also gut, aber bitte ruf an. Ja, natürlich. Sei bitte vorsichtig. Danke, Tante Julia. Bis dann. Julia, mach bitte den Fernseher lauter. Ich möchte wissen, was los ist. Aber unseren neuesten Berichten zufolge ist der Wind so stark, dass die Hubschrauber offensichtlich Schwierigkeiten haben, auf dem Capwell Hotel zu landen, um die Rettung über das Dach zu wagen. Aus diesem Grunde entschied man sich erstmal, die Rettung per Hubschrauber aufzugeben. Los, geben Sie das Ding her. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen. Hören Sie mir mal zu, wer immer Sie auch sind. Hier spricht Cece Capwell. Stimmen Sie, ich befehle Ihnen, mit dem Hubschrauber zu landen. Das kann ich nicht, Mr. Capwell. Es ist einfach zu gefährlich. Zu gefährlich? Hören Sie. Ich bin schon unter schlechteren Bedingungen geflogen. Und ich weiß, was Sie mit diesen Dingern machen können und was nicht. Die Menschen hier oben beginnen zu verzweifeln. Ich rate Ihnen, holen Sie uns raus hier. Tut uns leid, Mr. Capwell, aber wir müssen die Sache der Feuerwehr übergeben. Wir schaffen es schon, Mr. C. Es gibt bestimmt noch einen anderen Weg. Das ist dir wohl nicht gelungen, Dad. Zu schade war ein netter Versuch. Du hast dir sicher große Mühe gegeben. Wenn du sie als Kinder großgezogen hättest, hätten sie vielleicht Angst gehabt, abzulehnen. Du, es uns muss was einfallen, bevor Panik ausbricht. Tja, das sagst du so. Ja, ein Cece Capwell kann keine Wunder vollbringen. Er kocht auch nur mit Wasser, genau wie wir alle. Nur die Ruhe, es wird schon klappen. Ich hab das Gefühl, dass es gut gehen wird. Der Feuerwehr wird irgendwas einfallen. Ich hoffe, Sie haben recht. Das sieht nicht so gut aus für uns, was? Das ist richtig, aber ich habe großes Vertrauen in die Feuerwehr. Und den Crews. Sie werden uns schon rausholen. Ihr seid doch lieber als wir hier. Oh ja, weißt du, ich habe schon so viele große Feuer gesehen, dass ich mir etwas vorstellen kann, dass wir... Denk bitte jetzt nicht daran, bitte. Wie soll das noch weitergehen? Ich mache mir so viele Sorgen um Brandon. Wenigstens wird Gina ihn wiedersehen. Es wird alles gut, Darin. Du wirst ihn sicher auch wiedersehen. Natürlich sehen Sie ihn wieder. Sie holen uns hier ganz sicher raus. Es gibt ja noch meinen Sohn, der sich um alles kümmert. Er hat solche Situationen schon oft bewältigt. Das weiß ich kaum. Ist bei euch alles in Ordnung? Ja, den Umständen entsprechend. Also ich weiß, dass in solchen Situationen der Rettungsgruppe die Türen zum Dach öffnet. Und was hat das für ein Ziel? Aber Crews sagt, es hätte eine Art Kaminwirkung und dass so das Feuer noch mehr entfacht wird. Versteht ihr? Aber wie sollen Sie uns denn hier rausholen? Ich glaube, daran arbeiten Sie noch. Oh nein. Es wird schon werden. Sammeln Sie alle nassen Handtücher und Tischtücher zusammen und legen Sie sich vor die Türen. Ja, wir sind informiert. Das haben wir bereits getan. Sehr gut. Und wer zubringt für die Wahl, den Leid und die Position Kurs. Nach Lage der Dinge wird es das beste sein, wenn wir ihre Etage von der Australien zu beurteilen bereiten. Was machen wir, wenn das Sauerstoffknapp wird? Steht eine Möglichkeit, alle Leute auf diese Seite zu bringen. Ich halte das nicht mehr aus. Das weiß ich nicht. Hört sich interessant an. Vielleicht sollten wir versuchen, dort durchzukommen. Versuchen Sie es aus. Das ist die einzige Chance, die Sie haben. Alles klar, ich versuche die anderen Leute an. Ich brauche Leute, die mir helfen. Ich bin dabei. Was kann ich tun? Wir werden hier alle schmoren. In einem Ofen. Die Feier wird schon. Ja, unbedingt auf diese Feier gehen. Nun mach du mir eine Vorwürfe. Bleiben Sie doch bei mir. Haben wir uns nicht vor ein paar Tagen zufällig kennengelernt? Ja, richtig. Toll, dass wir uns hier wiedersehen. Ich weiß, du hast Angst, aber wir werden hier rauskommen. Also, halt die Ohren steif, ja? Ein etwas. Bist du wirklich davon überzeugt? Meinst du, dadurch wird sich was ändern? Darauf würde ich mein Leben verwenden. Na, wenn du so sicher bist, dann glaube ich dir. Entschuldige mich bitte. Meinst du nicht, dass ich mich doch lieber um die Leute kümmern sollte? Jetzt warte. Warte doch mal und hör mir zu. Ich finde, du solltest besser hierbleiben und die Leute beruhigen. Meinst du nicht auch? Ja, ist gut. Ja, du machst das schon. Versuch die Leute ruhig zu stellen. Cruz, lass mich mit dir gehen, ja? Ja, meine Hilfe kann ich richtig gut gebrauchen. Ich weiß, ich komme lieber mit dir mit, als dass ich hier rumhänge und weiche Knie kriege, ja? Ja, okay. Oh, hier. Bevor ich es wieder vergesse. Zweimal wäre wirklich zu viel, nicht wahr, Cruz? Ja. Weißt du, Eden sprach davon, dass irgendwas schief gehen würde und ich sagte, sie wäre verrückt. Wolltest du einen Moment warten? Das dauert nicht lange. Tja, wo soll ich sonst hingehen? Bis gleich. Und mach nicht zu lange. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass in diesen unseren letzten Momenten, dass wir zu meinem größten Bedauern leider nicht dazu kamen, unsere schon fest vereinbarte Vereinigung zu vollziehen. Ich glaube, es wäre unsere letzte Chance gewesen. Was ist bloß mit dir los? Wie kannst du in so einer Situation daran denken? Weil ich schon sehr bald wie ein Hähnchen geröstet sein werde und genau in solchen Momenten denkt man doch über die kleinen Freuden nach, die man so verpasst hat. Ach, übrigens, ich meine, du könntest ruhig dankbar sein, dass ich vorhin nicht alles ausgeplauert habe. Das hätte ich leicht tun können. Ja, ich danke dir auch dafür. Gut. So, jetzt alle mal herhören. Die Drinks gehen auf Rechnung des Hauses. Ja, ich frage mich, wo die Bremer Stadtmusikanten sind. Das wäre doch schließlich angemessen, wenn wir jetzt vielmehr das Lied vom Tod hören würden. Das wäre doch genau das Richtige in der Situation, oder etwa nicht? Na, was ist los mit euch? Ladies and Gentlemen, Licht aufgeben. Ich verstehe, was du zu tun hast. Aber bitte tu es nicht. Lass es bitte einen anderen machen. Baby, es ist nun mal mein Job. Ich will dich nicht verlieren. Das hörst du auch nicht. Also, hör zu, Baby. Ich hatte keine Gelegenheit, dir das früher zu geben. Aber ich will, dass du ihn jetzt nimmst. Es tut mir leid, dass wir noch nicht Mann und Frau geworden sind. Aber wir waren ganz dicht dran. Nicht wahr? Vielleicht kommst du nicht davon. Du waltest hier. Kelly, kannst du den Ruhm? Ja, natürlich. Ich will hier raus. Aber ich will nicht mehr raus. Bitte bleiben Sie doch ruhig. Meine Liebe. Ich weiß nicht, meine Frau, sie hätte vorhin schon einen Zusammenbruch. Viel Glück. Baby, dann mache ich dich eben jetzt zu meiner Frau. Ja, ist gut, Dad. Vertrau mir. Hier wird es sein. Was können Sie denn schon hier oben machen? Wer weiß. Wenn Sie es schaffen, mit den Leitern bis zu dieser Etage zu kommen, dann könnten Sie uns vielleicht hier rausholen. Auf dieser Seite scheint es mit dem Feuer nicht so schlimm zu sein. Vielleicht haben wir eine Chance, durch den Ostkorridor zu kommen. Sobald diese Tür einstürzt, müssen wir so weit wie möglich von ihr entfernt sein, weil uns das Feuer kann nicht so gut sein. Okay, ich werde schon mal loslegen. Ich spreche noch mal mit denen. Chef, hier ist Castillo. Können Sie mich verstehen? Ja, verstanden, Kurs. Bitte kommen. Ja, wir sehen uns gerade ein Zimmer auf der Nordseite an. Zimmer Nummer 06. Wie sieht's aus, Jungs? Gar nicht mal schlecht. Was meint ihr? Kommt ihr ran? Okay, wir versuchen's. Wir bringen die Wagen in Position. Drücken Sie uns die Daumen, Kurs. Sind Sie noch da? Aber ja, natürlich. Wir überprüfen gerade noch mal alles. Es wird verdammt knapp werden. Hören Sie zu, Kurs. Uns stehen drei Wagen mit Leitern zur Verfügung. Wenn Sie es schaffen, Ihre Leute durch das Feuer zu bringen, dann fangen wir an und fahren die Leitern zu euch hoch. Alles klar, Chef. So machen wir es. Also, ich melde mich wieder bei Ihnen, sobald wir die Leute hier drin haben. Sieht gut aus von hier oben. Okay, Nick, dann wollen wir mal. Sissi sagte mir, dass Sie Brandon im Krankenhaus besucht haben. Wie geht es Ihnen? Oh, sehr gut. Gut, nein, 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 ihm geht's gut. Oh, das freut mich. Ich frage mich nur, was aus ihm wird, wenn wir hier nicht gerettet werden. Ich meine, wer wird sich dann um ihn kümmern? Alle, die er kennt und die er liebt, die sind hier oben. Mein Vater wird sich um ihn kümmern, Gina. Schließlich ist der Brandons Großvater. Ja, natürlich, Ruben. Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Zeit mit ihm verbracht. Dann hätte ich ihn vielleicht besser kennengelernt. Ich habe ihm nie gezeigt, wie sehr ich ihn geliebt habe. Wie sehr ich mir wünschte, ihn jetzt in den Armen halten zu können. Oh Gott, wenn wir das überleben sollten, werde ich mein Leben verändern. Was sagen Sie da? Wollen Sie damit sagen, dass Sie mir den Jungen wegnehmen wollen? Keineswegs. Das haben Sie eben gesagt. Sie sagten doch gerade, wenn Sie hier... Gina, Gina, was hast du denn nur? Santana, 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 will uns Brandon wegnehmen. Ich sage dir nichts dergleichen. Sie sind ja hysterisch. Nein, Sie sind... Darling, bitte, komm mit. Lieben, kommen wir hier nie raus. Aber nicht doch, Gina, wir kommen hier schon irgendwie raus. Wie denn? Ich weiß es nicht, aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Hoffnung? Welche Hoffnung denn? Wenn du den Hubschrauber nicht zum Landen kriegst, wer dann... Schluss tut alles, was er kann. Sag doch nichts, wir werden ja alle sterben. Eins weiß ich, wir werden uns ganz bestimmt noch lange an diese Hochzeit erinnern. Nun, ich hoffe, dass wir später noch Gelegenheit dazu haben werden. Keine Sorge, das werden wir dann. Ja, sicher. Also Kinder, lasst uns alle zusammenbleiben. Ja, sicher. Carmen, komm hier, komm. So schlecht da sein. Oh, meine Kinder. Komm zu mir. Oh, mein Gott, jetzt gibt's noch Essen. Kommt da. Kommt da. Kommt in die Feuerwehr, wenn ich über der Leiter oder am Schlauch oder... Was soll man denn hier umkommen? Kelly, wir werden sicher alle gerettet. Wir bleiben jetzt alle zusammen. Egal, was vorher gewesen ist, wichtig ist, dass wir jetzt alle zusammen sind. Ja, du hast vollkommen recht. Mason, komm doch zu uns rüber. Ja, komm zu uns, Mason. Heute sollst du immer so gut beschalten. Ach, was schlägst du, brauchst du nicht machen. Halle mal hier, wir haben vielleicht einen Weg nach draußen gefunden. Das ist richtig. Lass uns die Feuerwehr was erklären. Wir müssen einen kleinen Umweg durch das Feuer machen, um auf die andere Seite zu gelangen. Die Feuerwehrmänner glauben, dass sie uns von dort aus runterholen können. Das wird vielleicht nicht leicht sein, aber wir könnten es schaffen. Heißt das, wir müssen durchs Feuer gehen? Ja, ich glaube schon. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Nein, wir müssen durchs Feuer. Hey, Mom, das ist doch Marco, oder? Dein Gedächtnis scheint dich ja nicht immer am Stich zu lassen. Ich hab's dir ja nie gesagt. Aber er hat mich manchmal mit aufs Trapez genommen, weißt du. Und das war damals nicht ungefährlich. Wie gut, dass du geschwiegen hast. Ich glaube, ich hätte ihn damals sofort rausgeschmissen. Oh, Mom. Oh, mein lieber Junge. Mein Gott, wie schnell doch die Zeit vergeht. Da hast du recht, Mom. Ich wünschte, wir könnten uns öfter sehen. Naja, wir beide sind ja auch ganz schön herumgekommen. Aber du, ich wundere mich schon, wie du es so lange an einem Ort aushältst, Santa Barbara. Ja. Ach so, ja, das Geld, was ich dir schicke, reicht es dir. Ich verdiene jetzt nämlich viel mehr, also wenn du was brauchst, ich... Ach, ja, es reicht. Nein, wirklich, Brick. Siehst du diese Couch, auf der ich sitze? Ja. Die ist von dir. Wie lieb du bist. Okay, Kumpel. Ja. Also jetzt sag mir mal, was hat es für einen Grund am Telefon so geheimnisvoll zu tun? Weißt du, das ist eigentlich nicht meine Absicht gewesen. Ich wollte dir nur meine neue Freundin vorstellen, Amy Perkins. Oh, ist das dein Ernst? Ja. Ach was. Willst du mir etwa damit sagen, dass du mir die Kleine extra hergebracht hast, um sie mir vorzustellen? Hey, lieben wirst du sie. Sie ist genau wie du. Sie redet wie du. Sie steht auf Motorräder. Verschweigen kann ich ihr auch nichts. Schon gut, gut. Du hast mich überzeugt. Wo ist sie denn nun? Naja, die Sache hat noch einen Haken. Oh Gott, sie ist bestimmt in einer Sekte. Nein. Nein, nein, Mom. Sie ist nur im neunten Monat. Du willst doch nicht etwa damit sagen, dass ich bald Großmutter werde? Nein, nein. Es ist nicht von mir. Was? Nein. Also jetzt, Moment mal. Was heißt das nicht von dir? Ja, aber wer wäre da nicht? Nein, also ich will wirklich nicht über ihn reden, verstehst du? Ja, aber von wem ist es denn da? Nein, Mom, bitte nicht. Tut mir leid, wir lassen das, okay? Okay. Langsam begreife ich, warum du so lange weggeblieben bist. Ich glaube mal, ich weiß, was du denkst. Kannst du nicht warten, bis sie hier ist, bitte? Wieso nicht? Wieso nicht, nachdem sie entbunden hat? Oder vielleicht nachdem sie noch ein paar Kinder bekommen hat? Mom, ich liebe sie wirklich. Also gut, ich bin vielleicht nicht der Vater des Kindes, aber ich habe so viel während der Schwangerschaft mit ihr durchgemacht, dass ich irgendwie fühle, dass es mein Baby ist. Mag schon sein, aber es ist nicht deins. Und wenn du nicht weißt, wer der Vater ist, oh. Also, Mom, bitte, müssen wir denn jetzt darüber reden? Warte doch ab, bis du sie kennenlernst und mach dir dann ein Bild über sie. Und was ist mit Heirat? Du hast noch kein Wort darüber gesagt. Willst du sie überhaupt heiraten? Keine Ahnung. Vielleicht ja, vielleicht nein. Man wird sehen. Ich warne, wie? Hör zu, entweder du willst oder du willst nicht. Was ist das überhaupt für eine Antwort? Vielleicht ja, vielleicht nein. Es ist das Einzige, was ich dir im Moment sagen kann. Ich weiß es einfach noch nicht. Also, Junge. Ja? Jetzt werde ich dir mal was sagen. Kann ich's verhindern? Nein. Schieß los. Krieg mal deinen Hintern hoch und mach Nägel mit Köpfen. Du bist einmalig. Nein. Also, jeder von Ihnen wird jetzt nass gemacht, mit Wasser überschüttet und dann nimmt alles die Beine in die Hand herum um die Ecke und dann geradeaus zum Ostkorridor. Sollten die Kleider der Frauen zu lang sein, müssen sie sie hochnehmen, damit man damit laufen kann. Ich kann nicht laufen. Mein Knöchel ist verletzt. Dann wird jemand helfen, Gina. Ich laufe zuerst los. Ihr bleibt dicht hinter mir. Das Wasser, Nick. Alles klar, Cruz. Also los, fangen wir an. Cruz, warte, warte doch. Entschuldigen Sie bitte. Verzeihung bitte. Was ist denn los? Cruz, ich hatte allen gesagt, du würdest uns retten und ich habe Recht behalten. Was hast du sonst noch für Versprechungen gemacht? Nein, nur, ich will, dass du vorsichtig bist. Ich liebe dich, mein Sohn. Ach, Mann. Wir werden hier schon alle rauskommen. Mach dir keine Sorgen. Cruz, bitte sei vorsichtig. Ich komme gleich nach dir. Das hoffe ich auch. Ich verlasse mich drauf. Sisi, denkst du, dass wir es schaffen werden? Ja, das werden wir, weil wir keine andere Wahl haben. Alles klar. Überall, rundherum. Das ist okay. Okay, ist gut. Gut, wir sehen uns gleich. Augen zu und durch. Darling, versprichst du mir auch vorsichtig zu sein? Ich habe solche Angst. Ich weiß, es wird alles gut gehen, Baby. Ich bin direkt hinter dir. Also nicht umdrehen und renn so schnell, wie du kannst. Nein, Schatz. Eden, halt erst an, wenn du die Stimme von Cruz gehört hast. Okay. Eden, los. Okay, los. Cruz. Ich hatte solche Angst. Ich dachte schon, ich würde erstehen. Komm schon. Hier ist die Leiter. Es steigt ja runter. Da soll ich runtersteigen? Ja. Ich hoffe, das Ding wird halten. Das muss. Das ist das Einzige, was wir haben. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Pistole, 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 Pistole. Er sagt irgendwas über den Mord an Channing. Was hast du gesagt, Marcello? Wir müssen ihn jetzt rausbringen. Wir werden ihm später Fragen stellen. Los. Komm, schuf was an. Also los. Gut so. Geh ihn. Vorsichtig. Erstmal bis da vorne zur Ecke. Ja, los. Lass es da. Los, kommen Sie schon. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie können nicht hierbleiben. Ich kann da nicht rausgehen. Hier, nehmen Sie meine Hand. Ich helfe Ihnen. Nun kommen Sie schon. Sie brauchen doch keine Angst zu haben. Ich helfe Ihnen. Vertrauen Sie mir doch. Ich will Ihnen doch bloß helfen. Nun kommen Sie schon. Wir haben nicht so viel Zeit. Kommen Sie. Eilen Sie sich. Hier. Also habt keine Angst vor der Höhe. Aber auf keinen Fall nach unten sehen. Hörst du? Okay. Okay. Ich reiß dir lieber die Schlepper. Nein. Das stört nur. Nein. Nein, du wirst mein Kleid nicht zerreißen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sei vorsichtig. Ja, was denkst du denn? Nein. Ich weiß, dass du seit langem böse auf mich warst. Und ich verstehe einfach nicht wieso. Aber können wir die Sache nicht hier und jetzt besprechen? Ich war nicht wütend, Augusta. Ich war beschäftigt. Oh, Julia. Wir sind zusammen aufgewachsen. Auch wenn ich das nicht wäre, bin ich klug genug zu unterscheiden, dass Ärger und etwas zu tun haben zwei verschiedene Dinge sind. Du hast nie meine Briefe beantwortet und wenn ich anrief, hast du nie zurückgerufen. Das eine Mal, als wir miteinander redeten, warst du so unfreundlich, dass ich es später bedauerte. Nein, darum geht's glaube ich nicht. Weißt du, weißt du, worum es mir geht, dass ich hier bin und wir darüber reden? Tja, das sehe ich auch so, aber ich glaube, dass du nicht aufrichtig zu mir bist. Ich erinnere mich noch an das eine Mal, als wir uns unheimlich gut verstanden, damals im Oktober in San Francisco. Wir gingen zusammen einkaufen und machten Fotos. Es war damals so lustig mit dir. Mein lieber Jack, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich in den vergangenen Tagen an dich gedacht habe. Es war so. Du kommst sofort wieder zu mir. Du, du hast ein Verhältnis mit mir und hast Fotos von Augusta in deiner Brieftasche. Sie ist meine Schwester. Sie ist meine Schwester. Liebst du sie? Ich frage dich, liebst du sie? Antworte mir! Antworte mir, verdammt nochmal! Antworte mir! Ja, und dann hast du dich plötzlich vollkommen verändert. Du wurdest so unnahbar und kalt. Ich hatte das Gefühl, als ob ich meinen besten Freund verloren hätte. Also so war es doch nun auch nicht. Naja, also gut. Sprechen wir ein andermal darüber. Äh, ich muss jetzt wirklich gehen. Kommst du zurecht? Ach, das werde ich wohl müssen. Ich bleibe nicht lange weg. Brauchst du irgendwas? Ja. Ich wollte schon immer Kontaktlinsen tragen. Könntest du mir welche mitbringen? Sicher. War nur ein kleiner Scherz am Rande. Sie waren die allererste, die die Leiter hinuntergestiegen ist. War es so? Ja, dank der Hilfe der Feuerwehrmänner und Cruz Castillo. Ich, Ihnen verdanke ich alles. Sonst hätte ich es nicht geschafft. Sie wissen nicht, wie es da oben aussieht. Bitte. Entschuldigung, haben Sie Ted Catford irgendwo gesehen? Nein, nein. Kelly, Kelly, geht es dir gut? Ja, ich glaube schon. Hast du Ted irgendwo gesehen? Das letzte Mal habe ich ihn mit Nick zusammen gesehen. Sie haben Leuten rausgeholfen. Komm, Santana. Vorsicht, Stufe. Vorsicht. Es geht schon, wirklich, wirklich, es geht schon. So, jetzt legen Sie sich mal hier hin. Ich sehe mir mal Ihren Knüchel an. Dann haben Sie keine Angst. Seht ihr, Gina hat es geschafft. Gut. Setzen wir uns doch einfach dahin. Ja, setzen wir uns. Hey, Christy. Christy, alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Hast du Ted gesehen? Ja, vorhin. Wenn er nicht gewesen wäre, er war so nett. Aber seitdem er mich rausgebracht hat, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Na ja, Sie haben erst die Frauen runtergebracht. Sehen wir mal da vorne. Oh, Ted. Ich mache mir Sorgen um ihn. Es sah da oben ziemlich scheußlich aus, aber er kommt schon durch. Ganz sicher. Mach dir keine Sorgen. Ist er schwer verletzt? Ich weiß nicht, ob er es schaffen wird. Er muss zum Arsons Krankenhaus. Nick. Hallo, Kelly. Ein Glück, du hast es geschafft. Sind die anderen auch alle draußen? Du bist jetzt dein Bestes. Was hast du eben bei Bruce gesagt? Er ist nach oben und hilft allen noch rechtzeitig runterzukommen. Aber wieso hat es ich selbst noch nicht in Sicherheit gebracht? Sieht aus, als wären wir hier die Letzten, was? Wollen wir die Münze werfen, wer zuerst geht? Nein, geh du zuerst. Aber ich will dir noch eins sagen. Ich werde nie vergessen, was du oben vor allen Menschen gesagt hast. Und ich werde nie vergessen, wie du und Eden mich beim letzten Familientreffen behandelt habt. Das hat sich bei mir für immer eingeprägt. Endlich, geschafft. Das war ja, als ob man durch die Hölle rennt. Wer ist denn noch übrig? Nur noch mein Vater, der letzte Amerikaner. Dann muss er sich aber schnellstens beeilen. Mr. C., kommen Sie schon. Also, wir müssen Sie zum Brändchen ins Krankenhaus bringen. Ja, gut, das tut doch sehr wenig. Na gut, dann mal los. Nein, wir müssen ihn hier behandeln. Ich bin nicht sicher, ob er es schaffen wird, wenn wir warten, bis er ins Krankenhaus kommt. Bitte versuchen Sie alles, dass er durchkommt. Ich werde mein Möglichstes tun. Ja, bis auf den in die Tag und nicht auf die Tür. Alles klar. Puh, nichts geht über schwindelnde Höhen, um richtig auszunüchtern. Ach, das ist geschafft. Bist du okay? Ja, bist du etwa enttäuscht? Nein, sagt auch nicht sowas. Wo ist Daddy? Oh, er muss jeden Moment kommen. Er ist nach oben, um dem Feuer die Stirn zu bieten. Oh, war das eben Gina? Gina muss ins Krankenhaus. Sie bringen Sie gerade hin. Ja, ich weiß. Entschuldige, bitte. Entschuldigen Sie bitte. Könnte ich vielleicht mit meiner Stiefmutter ins Krankenhaus fahren? Ich müsste selbst untersucht werden. Ja, sicher. Springen Sie rein. Danke. Hallo, Gina. Alles okay? Ja, außer mit dem Knöchel. Gut, dann haben wir noch mal Glück gehabt. Ja, äh... Was machst du denn hier? Du siehst gut aus. Ein bisschen versenkt, aber ganz gut. Ich, äh... Ich wollte dir nur ein bisschen Gesellschaft leisten. Oh, ähm... Danke. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ja, das bin ich auch. Weißt du, Gina, es sind nur noch ein paar Minuten, bis wir im Krankenhaus sind. Ich finde, wir sollten es feiern, dass wir dieses Inferno überlebt haben. Also, ich finde, wir sollten unser kleines Vorhaben zu Ende bringen, da wir ja vorher nicht dazu gekommen sind. Was meinst du, hm? Sieh mal an, was ich hier habe. Oh, Mason, ich... Ich kann das einfach nicht fassen. Du... Du musst wahnsinnig sein. Nein, nein, nur sehr wach, Gina. Und vielleicht etwas hartnäckig. Also, Kleines, wo waren wir doch gleich? Oder... Wollen wir noch mal ganz von vorne anfangen? Hallo? Augusta! Hier ist Jack. Oh, ich habe schon auf deinen Anruf gewartet. Ja, aber ich fürchte, dass ich dich vielleicht ziemlich enttäuschen muss, weißt du? Mir kam was dazwischen und ich fürchte, ich muss unsere Verabredung absagen, weißt du? Mir tut es unheimlich leid, aber ich kann diese Sachen nicht verschieben. Ach, na ja, wenn es eben so ist. Und du bist mir nicht böse. Nein, kein bisschen. Ich weiß doch, Geschäfte haben vor dem Vergnügen immer Vorrang. Oh, du bist eine wunderbare Frau. Na, das habe ich ja immer gesagt. Ich werde es wieder gut machen, das verspreche ich dir. Also gut, Jack. Viel Glück und Erfolg bei deinen Geschäften. Von einer Verabredung hat er nichts gesagt. Ich glaube, ich ahne, was der wahre Grund ist. Du Schwein. Julia. Eden. Oh Gott, sei Dank, du lebst. Oh Baby, jetzt wird alles gut. Oh Daddy. Mein Kind. Ohne Kloos wäre keiner von uns hier. Oh, darling. Kloos. Hast du irgendwo meine Mutter gesehen? Kloos. Da kommt sie. Oh Gott, du lebst. Alle haben es geschafft. Wie geht es Marcello? Oh, die Ärzte sind bei ihm. Ich glaube, es sieht nicht sehr gut aus. Doktor. Es ist gut gegangen. Wie geht es Dr. Armanty? Nun, er hat starke innere Blutungen. Ich untersuche ihn gerade. Es sieht nicht sehr gut aus. Er ruft ständig Ihren Namen, Mr. Caprile. Meinen Namen? Er fantasiert ständig vor sich hin. Er redet von Channing Junior. Channing. Das hat er auch, als Mason und ich ihn vorhin rausgebracht haben. Ich glaube, er weiß etwas über Channings Tod. Er sprach von einer Waffe und dem Tunnel. Channing. 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 Wie konntest du mir das antun? Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Du warst der einzige Mensch, zu dem ich vertrauen hatte. Und du hast versucht, meinen Vater und mich zu töten. Ich beruhige dich. Du weißt, wer Channing getötet hat. Und hast dafür Joe ins Gefängnis gehen lassen. Kelly. Kelly, hör doch auf damit. Jetzt weiß ich, dass Joe der Einzige war, dem ich trauen konnte. Und der Einzige, den ich je geliebt habe. Doktor, geben Sie ihr bitte ein Beruhigungsmittel. Komm, komm. Marcello, wissen Sie, wer Channing getötet hat? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, ein Wäschelstift. Die größte Angst hatte ich vor dem Sterben. Dafür bist du jetzt aber ganz schön lebendig. Ja, du aber auch. Ja, in der Tat. Hier. Nein, nicht so schnell. Ich bestehe noch auf einen Nachtrag in dem Dokument. Oh, einen Nachtrag. Du hast aber das Juristen-Latein schnell begriffen. Ja, ein Paragraf, der besagt, dass, wenn ich nicht innerhalb von zehn Tagen schwanger werde, du natürlich auch nicht Treuhänder von Brightons Vermögen wirst. Oh, das einem aber auch keiner mehr traut. Ich meine nur, falls es schief geht. Hm, also gut. Aber du musst dann unterschreiben, wenn ich es dir sage. Es ist ja schließlich mein Plan. Und, bist du einverstanden? Ja, natürlich. Ach, Gina. Du solltest darauf vorbereitet sein, jederzeit unterschreiben zu können. Fertig? Wann immer du willst. Du bist so entgegenkommen, Gina. Manchmal macht es richtig Spaß mit dir. Was hat er Ihnen gesagt? Doktor, dieser Mann ist wieder ohnmächtig. Er braucht unbedingt Hilfe. Entschuldigung, lass uns nicht durch. Wir müssen ihn sofort ins Krankenhaus bringen. Schwester, bereiten Sie alles für eine Operation vor. Kommen Sie, helfen Sie mir. Ja. Ich hoffe, du schaffst es. Ja, ich glaube, du hast recht, wir sollten das. Jetzt musst du bezahlen für all deine Sünden. Kelly, das meinst du doch nicht so. Ich kenne keinen anderen Menschen, der so nett und so freundlich ist wie du. Verzweifle doch jetzt nicht. Ich möchte, dass ihr mich jetzt alle in Ruhe lasst. Bruce, ich möchte wissen, was er Ihnen gesagt hat. Vielleicht, äh... Nein, er hat es zweimal gesagt. Ja, aber was war es? Bruce. Ich kann verstehen, wie du fühlst. Nein, das kannst du nicht verstehen. Niemand kann es verstehen, außer vielleicht Joe und... Ich hätte fast gesagt, Joe und Matt Schaller. Und nun ist keiner mehr da. Kelly. Kelly, warte. Kelly. Was hat er gesagt? Was hat er zweimal gesagt? Um Himmels Willen spannen Sie uns nicht auf die Folter. Was war das? Bruce, Jenny war mein Bruder. Ich habe ein Recht, alles zu erfahren, was ihn angeht. Verstehst du mich? Und unser Sohn, bitte. Was ist auch wahr, sagen Sie es uns. Das ist auch wahr, sagen Sie es uns.